Willkommen auf unserer Sky-Blog-Welt. Wir sind im Sky und wir stehen auf einem Block. Außer Flo, steckt mir drunter. Ladies and Gentlemen, damit erstmal heute willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen hier zu One-Blog-Challenge mit Flo. Was machst du da? Hast du ein Emote oder sowas? Du siehst bei mir voll cool aus. Hör kann ich das auf? Wie machst du denn das? Das ist ja verrückt. Ja, stimmt, du hast bestimmt Emotes oder sowas hier. So, Leute, wir sind... Oh mein Gott! Ich dachte gerade... Oh nein, Flo blaut, ihr baut den Block unter uns ab. Das ist doch unser einziger Block. Aber der Block, auf dem wir stehen, regeneriert sich. Wir müssen ihn abbauen. Wir hatten jetzt Gras. Okay, boah, du, ich hab keine Bock mehr. Was? Du fällst drunter? Nein, ich hab zwei Erde gehabt. Nein, ich bin gestorben. Ist egal, ist egal, komm her. Okay, okay, jetzt funktioniert das Ganze. Du hast ein bisschen Holz bekommen, was? So, das heißt... Oh mein Gott, was hast du da bekommen? Nimmst du alles raus? Warte, wir können erstmal eine Truhe hier hinstellen. Ich habe hier Äpfel. Die können wir einlagern. Blöderweise haben wir keine Erde mehr. Oh no, jetzt hast du hier einen Baum gepflanzt. So, damit habe ich jetzt auch schon zwei Holz hier. Wow, die restlichen hast du eingesackt. Toll, ich hab einen Holz. Okay, okay, okay. Du hast das Ding, du hast alles. So, ich hab Erde, okay? Ich hab Erde. Das heißt, ich kann jetzt hier nebenanpacken und ein kleines Beet anlegen aus Bäumen. Ein kleines Baumbeet, sozusagen. Oh, wir haben Gras. Warte mal. Haben wir noch eine Erde übrig? Mist, sonst hätten wir das wachsen lassen können. Okay. Ja, warte, warte. Kommen wir zur Seite. Hier können wir das abbauen. So, und vielleicht wächst das ja gleich. Ich glaube, das dauert zu lange. Warte. Nein, wir haben keine Samen bekommen. Oh, wir haben noch einen Erdblock. Das ist grobe Erde. Ja, ja. Warte, die grobe Erde kann ich mal aufheben. Die machen wir da jetzt mal rein. Und ein Holz. Und noch ein Holz. Kann man schon Werkzeuge machen? Ups, sorry. Was soll das hier? Ich wollte abwohnen. Gib zu, du wolltest mir immer nur boxen. So, da haben wir noch ein Holz. Und yes. Oh, da ist Laub. Okay, warte. Ich mache jetzt erst mal mein Holz zu Werkzeuge. Vielleicht wäre eine Axt ganz nice, oder? Ich habe nicht genug für eine Axt. Aber ich habe eine Spitzhacke. Warte. Zack. Oh, was ist das denn? Erde? Graspad. Ui. Okay, warte. Den kann ich hier schon mal weiterbauen. Wir machen hier den nächsten Sessling hin. So, und zack. Braune Erde. Laubige Erde. Hier haben wir sogar noch Sesslinge. Was ist laubige Erde? So was gibt es nicht im Minecraft. Doch, Potzol. Lehmige Erde meinst du, oder was? Keine Ahnung, wie das heißt. Potzol? Ah. Nein, nein, nein. Pass auf, da ist das Schwein. Flo, wir haben ein Schwein bekommen. Aus einem Block. Hallo. Hier. Du bist ja süß. Schinken. Okay, Schinken darf nicht runterfallen, Flo. Wir müssen einen Zaun bauen. Hast du noch Holz übrig? Der hat aber sehr viel Holz. Okay, das müsste hoffentlich reichen. Pass auf, das schickt nicht runter. Ja, ich passe schon auf. Ich passe schon auf. Wow, noch einer. Warte, noch ein Schwein? Achso, noch ein Baum. Okay, ich habe 15 Zäune. Wo soll das Schwein rein, Flo? Hier hin? Ja, ja, dachte ich mir, da hinten. Okay, aber da passt jetzt was. Da brauchen wir doch noch ein bisschen Holz für den Boden. Leute, wir müssen unseren ersten Schweinepferch hier bauen. Schweinerich. Okay, du musst hier einmal rein. Kannst du das rein? Pass auf. Oh mein Gott. Hier, genau. Und zack, da habe ich dich. Da wurde ich eingesperrt. Tut mir ja leid. Aber ansonsten rennst du noch runter. Weißt du? Nicht jeder kann so schlau sein wie ich. Der Flo, der fällt auch ständig. Mach du Holz? Ich soll... Okay. Ah! Ey, das ist, ob du gerade nicht runtergefallen bist. Ich habe dich voll geborgen. Hier ist eine Blume. Die ist schön. Guck mal, Schick. Hier ist eine Blume für dich. Schade. Ich wollte den Block gerade unter dir hauen. Ich habe eine Schwitzsacke bekommen. Eine Schwitzsacke und Fackeln. Falls es also dunkel wird, haben wir Fackeln. Ich mache mal hier ein paar Fackeln an den Schweinepferch. Und dann können wir nämlich auch die Kiste abbauen. Oh ja, das ist Stein zum ersten Mal. Wir haben zum ersten Mal Stein. Yeah! Und sogar Kohle und Eisen. Oh mein Gott. Hast du das Eis bekommen? Ja, ja. Okay, ich habe Kohle bekommen. Ja, nice. Wir brauchen hier noch Stein für den Ofen. Yeah, wir haben endlich mal ein Upgrade hier bekommen. Aber weißt du, was auch gut wäre? Erde brauchen wir halt immer noch. Ich habe noch ein bisschen. Du hast noch ein bisschen Erde? Okay, das ist nice. Ich brauche mal die Steine ab hier. Ich habe zum Glück die Steine... Zack. Da war ein Spinnenwegen. Wir brauchen ein Schwert. So. Zack. Kein Problem. Oh mein Gott. Eine Spinne. Okay, alles gut. Nein, Flo. Die Spinne ist nett. Warum greifst du sie denn schon wieder? Sie hat dich runtergeworfen und ist einfach hinterhergesprungen. Oh nein. Hallo, wir kommen zurück. Deine Alters sind weg. Ja, du hättest die Spinne nicht angreifen sollen. Tagsüber sind sie ja nett. Ja, ich dachte, die ist böse. Ah, so gut. Gut. So, wir kriegen hier Granit schon und an. Die sieht was in der Kiste. Cobblestone-Generator, Flo. Was? Wir können einen Cobblestone-Generator bauen. Oder du könntest MLG-Lawern. Was könnte man? MLG-Lawern ins Nichts oder was? Warte, willst du den Cobblestone-Generator bauen? Ich dachte, wir brauchen genug für den Ofen, wir müssen alles schmelzen. Ich gebe dir mal... Ja, kannst du machen. Hier ist genug Stein. Oh nein. Ich habe richtig viel bekommen. Steck oder sowas. Warte, ich droppe dir mal hier alles an Stein hin, was ich habe. Und Wasser und Lava. Okay? Okay. Und ich würde nochmal vielleicht so eine kleine Wasserquelle machen. Ich hoffe, dass das so reicht. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das passt von der Fläche her. Warte, wenn ich... Eine unendliche Wasserquelle. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich die Kiste da hin mache. Äh... Warte mal. Kann man die aus Zäunen bauen, Flo? Weißt du das? Warte, warte. Bauen wir einen Block ab hier. Schau mal. Warte. Ich mache es mal hier so. Mal gucken, ob das funktioniert. Wobei... Ja. Ja, das funktioniert halt echt mit Zäunen. Das wusste ich nicht. Okay, wir haben eine unendliche Wasserquelle. Und du machst da dein Kompost. Ich mache nochmal ein bisschen hier so eine Fackel hin, dass es nicht zu dunkel wird. Wassereimer sind in der Kiste. Zum Schmelzen ist hier auch was. Okay? Hier kannst du es abbauen. Den oberen Block. Hier vorne? Aha. Ich habe gerade Angst, dass kein Block mehr kommt. Nein, der ist verbrannt. Okay. So, das funktioniert eigentlich ganz gut. Weißt du, was schlau ist, wenn du auf der anderen Seite Holz machst? Weil Stein baut sich dahinter so leicht ab. So. Oh nein, es regnet. Machen wir weiter hier unten mit der Kiste. So, dann ist die weg. Mal gucken, was als nächstes kommt. Was ist das? Hä? Ein Kohleblock habe ich bekommen. Ui, was ist das hier? Was? Warte, ist da was drin? Oh nein, gebarrtes Schweinefleisch! Nein, das kriegst du nicht. Essen? Nein, das kriegst du nicht. Das machen wir. Zack, hier, weg damit. Sowas ist nicht zum Essen da, Flo. So. Chicken, genau. Du hast recht. Man isst keine Schweine. So. Machst du schon? Oh, ein Eisenblock. Ich will den haben. Yes. Ich habe ihn bekommen. Nein. Was? Spazieren die einfach Zombies. Wieso tust du das? So, ich habe jetzt Eisen. Okay, dafür können wir uns... Hier kommen die Steine raus. Oh, zum Beispiel eine Eisendrohseplatte machen. So, falls wir... Was ist da? Du hast Diamanten bekommen. Du hast Zombiespawn bekommen. Nein! Ich will keine... Füße. Nein, was tust du? Nein. Nein, nicht bei meinem Schwein! Das Wohnen ist bei uns. Flo, wir können das jetzt nicht angreifen, das Skelett. Ja, doch gar. Ja, aber dann triffst du meinen Schwein. Okay, gut. Ich hatte nur Angst, dass du meinen Schwein auftriffst. Jetzt hör bitte auf. Wehe, du Sponsor, noch ein Monster rein. Ah! Nein, meine Items! Das ist mir doch egal. Du brauchst keine Items. Du hast gar keine Items verdient. Hä? Hat es gerade gedonnert, wo ich gestorben bin? Ja, hat es halt echt. Hier, warte. Nein, nein, nein. Den müssen wir jetzt wachsen lassen. Den müssen wir jetzt wachsen lassen. Okay. Können wir hier eine Fackel hinstellen? Das ist schneller weg. Weil dann haben wir endlich mal ein bisschen Laub... Äh, ein bisschen Gras. Wir haben so viele Setzlinge. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen Stein abbauen beim Cobblestone-Generator? Mit welcher Spitzhacke denn? Mit der Spitzhacke hier. Außer, mach dir doch eine. Wir haben doch nur Steine. Ja, aber ich bin gestorben. Oh, ich... Wieso bist du denn gestorben, Flo? Ja, da müsste wirklich Holz sein. Alter! Flo, was war das denn gerade? Äh, nicht ich. Da ist ein Blitz ins Nichts eingeschlagen. Wir haben aber eigentlich ein ganz gutes Laubdach. Nur, dass es hier ein bisschen durchregnet. Furcht daran. Ein neuer Setzling. Oh mein Gott! Ich glaube, wir haben Donnerstumpf. Guck mal, wie dunkel es ist. Es blitzt die ganze Zeit. Warum hast du hier Wasser in die Wacht? Weiß man... Deswegen. Bei mir siehst du aus, als wenn du... Hä, wieso hast du die Hände die ganze Zeit so? Ich weiß nicht. Das macht... Wieso? Hä, das sieht voll cool aus. Jetzt hast du die Spitzhacke gerade in der Hand. Nö, ich bin Zombie. Okay. Nee, Zombies gebe ich dir nicht mehr in die Hand. Das machst du nämlich nur wieder Spawner irgendwo rein. Ich würde sagen, wir können mal so eine kleine Plattform machen. Hast du genug Stein? Ich kann mir nichts machen. Ich habe kein Holz. Das ist nichts. Ach so. Äh, warte. Holz habe ich. Warte, ich gebe dir mal die Hälfte. So, bitteschön. Was machst du? Ein Haus. Oh, für das Schwein. Wie süß. Und hier links... So, bitte Schinken. Nicht das wird... Schinken geht so gut. Bald kriegen wir vielleicht Karotten. Wir müssen nur warten, bis das Gras hier gewachsen ist. Dann können wir weiter abbauen. Ui. Was war denn jetzt schon wieder? Dass das Gras nicht wächst so. Wie weit bist du mit dem Haus? Das Haus geht schon weit voran. Der Schweinestall ist im Haus drin, oder? So ein bisschen. Ja, ja. Und hier ist so eine Terrasse. Okay. Ich glaube, der Himmel klart langsam aus. Das sieht voll cool aus. Guck mal nach oben. No, guck mal nach oben. Oha, das ist rot. Siehst du? Nee, aber wie in Wellen irgendwie. So hell. Oh mein Gott. Okay. Ach, was meinst du? Ich hätte erst nicht gedacht, dass es mir ins Auge blitzt oder so. Aber ja. Ja, ist mir noch nie aufgefallen. So ist unser Gras gewachsen. Nee, ist noch nicht gewachsen. Aber dafür haben wir jetzt ein Haus. Was soll das? Willst du mich angeln, oder was? Geh auf damit. So. Wie sieht es aus mit unserem Haus, Flo? Also, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Zaun, aber sonst eigentlich fertig. Was ist Tara denn fertig? Was ist das? Hier ist der Stall. Hier oben ist unsere Dusche. Hier ist der normale Bereich. Hier ist unser, weiß ich nicht, unser Kochfeld. Guck mal, hier mit der Lava. Ja, ich sehe eins nach dem anderen. Wo ist das Schlafzimmer? Wo ist das Badezimmer? Wo gehe ich denn auf Toilette? Hier, nee, in unserem Wasser. In unserer Wasserquelle. Da, wo wir das frische Wasser draus trinken. Mach hier nochmal einen kleinen Baum hin und jetzt reicht es mir. Es will nicht wachsen. Dann nicht. Vielleicht kriegen wir nachher einen neuen Grasloch oder sowas. Hier sind so viele Grasblöcke jetzt gekommen. Hier ist wieder einer. Okay, mit ein bisschen Glück kriegen wir eine Truhe, wo Grasblöcke drin sind, die wir dann wachsen lassen können. Jetzt machen wir weiter. Ein Bärenbusch. Guck mal, wir haben endlich was zu essen. Hier. Kannst du Bären mal irgendwo anpflanzen? So mit Erde. Hier ist Erde. Guck mal. Gib den mal genau. Und ich mache mal weiter. Mal gucken, was wir als nächstes kommen. Ich warte hier auf die Diamanten. Da war ein Zaun gespawnt. Biers? Nein! Wir haben schon wieder ein Schwein bekommen. Warte, willst du zum ersten Schwein reingehen? Ja. Dann hast du einen Kumpel. Magst du das mal da reinmachen? Ich mache mal weiter mit den Röcken hier. So. Kartoffeln! Nein, das bricht aus. Die brechen aus. Nein, die beiden Schweine sind rausgebrochen. Die haben keine Kumpel gebrochen. Nein, warte. Wo machen wir sie denn jetzt rein? Die sind vorhin gerade zu dir gerannt. Du hast irgendwas in der Hand gehabt. Ich habe Kartoffeln in der Hand. Die essen doch nicht keine Kartoffeln, oder? Weiß ich nicht. Ich habe keine Karotten. Ich gucke gerade, ob wir noch Zaun haben. Das springt runter. Nein! Oh mein Gott. Das ist nicht ganz runter hier oben. Okay, Schinken. Du musst jetzt erstmal in Sicherheit kommen, okay? Du musst kurz da drin bleiben. Oh, ja. Okay. Warte. Flo. Warte, was machen wir jetzt? Kann das denn rutschwimmen? Nicht so. Guck. Stimmt. Okay, okay. Nice. Aber bitte nicht mich. Warte. Das springt auch kurz. Einmal durch. Ja, nice. Jetzt komm zurück. Yes. Yeah. Ey, voll smart. Das heißt, ich gehe jetzt kurz auf die andere Seite. Und? Mach den Zaun. Nein, rein mit dir. Flo, Hilfe. Nein, die Schweine. Oh nein. Mann, aber wieso? Wo ist er? Okay. Wieso hast du mich denn jetzt eingesperrt? Warte. Nein, jetzt sind die wieder frei. Nein, unsere ganze Hände. Du machst unsere ganze Hände. Wo sind die beiden? Eins ist oben. Ich habe eins. Warte. Ja, hat. Nice, nice. Okay. Okay, warte. Wo ist das andere? Das andere ist hier auf dem Spawner. Schubst ins Wasser einfach. Wenn ich das hier kurz, guck mal, das hier abbauen, dann kann das davor und einfach ins Wasser hier. Genau. Und jetzt? Ja, genau. Richtige Richtung. Ja, aber ich habe nichts zum Zubauen. Du musst schon. Komm ja nicht weg. Okay, weißt du was? Mir auch egal. So, okay. Jetzt bist du drin. Jetzt haben die aber Wasser. Nein, und wir haben keine Lava, keine Wasserquelle mehr. Guck mal, guck mal, guck mal. Du schubst den so ein bisschen? Ja, du machst das schon, Flo. Ich vertraue dir da ganz. Oh mein Gott. Ich habe einen Villager bekommen. Hä? Meinst du, der läuft runter? Der ist nicht so blöd, oder? Müssen wir den auch einbauen? Ich mache, ich gebe dir noch ein bisschen Holz für Zäune, okay? Du kannst einen Villager einbauen. Ja, ja, ja. Ich mache das schon. Genau. Oh mein Gott, hier ist noch ein Villager. Und Kartoffeln haben wir, genau. Die mach ich dir mal rein. Die können wir nämlich anpflanzen gleich. Entschuldigung, Zahm, aber wenn ich den Block unter ihnen abbaue, sind sie tot. Wollen sie vielleicht noch mal ein Stück rücken? Ich meine, überlegen sie sich das genau. Nee, sie wollen da stehen bleiben. Sie sind sich ganz sicher, dass sie da stehen bleiben wollen. Ich kann das leider nicht zulassen, Kollege. Jetzt mach doch mal, dass du da wegkommst. Dankeschön. Die Schweine sind endlich jetzt drin. Endlich sind die Schweine. Okay, dann müsstest du jetzt den Villager-Knast bauen als nächstes. Oh nein. Alles nur zu deren eigenen Schutz. Ich habe Zuckerrohr bekommen, okay? Wir haben Zuckerrohr. Okay, und die Wasserquelle lebt wieder. Hier ist wieder Erde und Holz und was auch immer. Was ist das hier? Zwei. Du lädst dir die ganze Stadt ein. Ja, was kann ich denn dafür? Die kamen einfach aus dem Block da rausgebrochen. Ja, wobei, die können bei uns wohnen. Ey, wir haben jetzt Fichtenbäume. Hier ist ein Fichtensatzling. Die können wir jetzt auch anbauen. Oh, ein Kürbis. Oh, du hast Kürbis, das stimmt ja. Erst mal anpflanzen. Ich werde jetzt gleichzeitig abbrunnen. Oh mein Gott, wie schnell. Wieso geht das so schnell? Wir haben Wolf bekommen, Flo. Haben wir Knochen? Ich glaube, wir haben keine Knochen. Vielleicht müssen wir den auch irgendwo in der Piste machen. Ja, vielleicht hätten wir Knochen gehabt. Hättest du mich nicht runtergeschoben mit den Skelett-Spawnern. Ja. Warte, pass auf, dass der Wolf nicht runterfällt, wenn du das unter dem aufbaust. Wo sind denn jetzt unsere Villager? Du hast die noch nicht mal eingebaut. Hey, das sind Villager, die haben recht, Isi. Die müssen ja auch irgendwo leben hier. Ja, aber die sind doof, die rennen doch runter. Tun die das? Ja, ich glaube schon. Warte, ich glaube, wir können noch mal ein bisschen erweitern unsere Insel, oder? Ich versuche mal in die Richtung hier ein bisschen was zu erweitern. Dann können wir nämlich jetzt hier vorne, guck mal, auch ein paar Fichten anbauen und andere Bäume. Ich habe getauscht mit dem. Hier. Können nämlich hier gar nicht mehr wachsen. Hast du jetzt Emeralds, oder was? Nice. Ich mach die mal hier rein. Vielleicht kriegen wir noch mehr Emeralds. So, ich mach mal weiter hier. Der Hund, aber was ist mit dem? Der, der... Puh, du, hör her. Ich wollte nämlich, wo das herkommt. So eine Frechheit. Was zum... Äh, pass auf. Flo, wir haben hier ein kleines Problem. Schneefallschlacht? Hast du gerade den Eisbären angegriffen? Flo, du hast nicht wirklich gerade... Nein, unser Eisbär! Warte, ist er jetzt tot? Ich glaube, der schwimmt irgendwo wieder hoch. Nein, ich habe gesehen, wie er da unten gestorben ist. Wir hatten einen Eisbären. Warum musst du ihn denn angreifen? Warte, es kommt bestimmt gleich noch einer. Die kommen selten allein. Die kommen selten allein. Ja, es wäre auch gut, wenn wir zwei hätten, dann hätten wir ein Eisbärbaby machen können. Aber nein. Schwein, Lockers. Oh mein Gott, noch ein drittes Schwein. Oh nein. Nicht schon wieder, bitte. Hier sind Heublöcke, das ist ganz gut, haben wir was zu essen. Hier ist noch einer. Wirkensetzling habe ich bekommen. Kannst du mal mehr Zäune machen? Unsere Schweine, die brauchen mehr Raum. Wieso? Die sind doch da ganz gut untergebracht, oder nicht? Ah, das dritte Schwein. Du darfst da nicht mehr rein. Oh, ich weiß wie. Vielleicht ist das unser freilaufendes Schwein. Ja. Was machst du? Du willst das braten? Sorry. Nee, vielleicht da drüben meine ich. Achso. Ich kann auch mal ein paar Fackeln hier hin machen, weil es wird ja relativ dunkel werden heute Nacht, oder? Birkenholz. Was, wenn hier Zombies kommen? Nach oben noch mal eine Fackel rauf. So, das müsste eigentlich gehen. Birkenholz haben wir bekommen. Und Pflanzen. Sehr hübsche Blumen sind hier. Ich kann auch was zu essen machen. Honig. Honig? Wie baut man den ab? Pass auf der Schwein auf. Äh, hallo? Ist du mal zur Seite hier? Was stellst du dich da hin zum Honig? Hör auf, den Hund da rauf zu schupfen. Wie mies ist denn dieses Schwein? Da haben wir den Wolf da auf den Block geschupfen. Kannst du da mal weggehen? Okay. Wie baut man den ab mit einer Spitzkappe? Scheren. Mit einer Schere. Aber wir haben nur noch einen. Wir haben aber keine Scheren, kein Eisen mehr, oder? Ich habe eine Idee, wie ich das Schwein reinkriege. Schwein, geh weg von der Lava. Doch, man hat den so abbauen können, den Honigblock. Warte, wolltest du das Schwein in die Lava scheuchen? Es will selber reinlaufen. Das ist ein böse Schwein, das ist eh. Ich glaube, den kannst du so abbauen. Was passiert da mit dem Hund? Guck mal, der ist drin. Wir haben noch ein neues Schwein. Wir haben jetzt vier Schweine schon. Es ist langsam hier der Schwein ein Überfall oder so. Oh, aber die Schweine wollen immer hochgehen. Eine Kiste. Yes, eins ist drin. Honigwabeln und Bienen. Flo, wir können endlich bienen. Nein. Was passiert? Ich bin runtergeschubst. Ja, du hast mich runtergeschubst. Ich habe doch nur da gestanden. Oh, no. Ja, ja. Und ich bin nicht reingesprungen. Sind alle deine Sachen weg? Es tut mir leid. Flo, aber gute Nachrichten. Wir haben Blumen bekommen und wir können jetzt Bienen spawnen. Das Schwein hier ist richtig gemein. Warte, erklär mir mal kurz. Ich weiß, ich erklär mir mal kurz. Brauchen die Bienen einen Bienenstock oder sowas zum Leben? Ja, klar. Und wenn ich die jetzt einfach spawne, sind sie dann tot? Nö, dann leben die einfach nur. Aber dann haben die keinen Bienenstock, wo sie hin können. Ja. Okay. Wie macht man denn Bienenstock? Ja, keine Ahnung, die machen die. Ich spawne mal eine Biene, okay? Hallo. Okay. Mal gucken, was sie macht. Ich weiß nicht. Sie fliegt einfach nur rum. Nein. Die fliegt in den Bärenbusch. Nein. Mach's weg. Okay. Jetzt haben wir zwar keine Bären mehr, aber dafür hilft uns. Wollen wir die Autos zu den vier Schweinen durch den Hund reinmachen? Warte mal, das vierte ist nicht drin. Wo ist das vierte? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Da ist jetzt unsere Bienen. Wetten, die fliegt als nächstes in die Lava rein. Das ist auch sehr tierfreundliche Haltung, die wir hier betreiben. Ja, da ist das letzte Schwein. Haben wir alles daraus? Dann mach ich mal weiter. Na, Hase! Hasen sind nicht besonders schlau, nur. Der springt doch gleich runter. Ja, ja, die sind doch richtig klein. Guck dir mal an, wie schnell der auch ist. Ich glaube, der braucht einen eigenen... Der braucht irgendwas eigenes. Wir müssen aber aufpassen, dass unser böses Schwein hier den nicht runter schubst. Weil wir wollten Wolfschen schubsen. Warte, das ist ja schlimm. Versuch mal hier so. Ich habe jetzt Akazienzäune gemacht. Guck mal, das will dich gerade schubsen. Das Schwein will mich schubsen? Hör auf damit! Nein! Jetzt langsam mal gut. Warte, da ist unser Hase. Den können wir doch theoretisch vielleicht hier... Hase, da bist du... Okay. Würdest du vielleicht da reinhüpfen? Hier vorne? Ich habe dir extra ein Käfig gemacht. Oh, wir kriegen Sand. Wir müssen einen Block unter dem haben. Warte, kann der Hase irgendwie hier reinflogen? Oh mein Gott, der Hase hat Angst. Ja, der Hase ist super schnell. Ich weiß nicht. Das sieht aus, als würde der hacken. Okay, wir gucken mal nachher, wo der ist. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Vor allem unsere ganzen Bäume wachsen auch irgendwie nicht mehr. Ich mache mal die Bienensetzlinge hier rein. Bienensetzlinge, Bienen-Eier meine ich. Oh, wie viele Eitems? Warte, wir f... Am besten ein bisschen weiter wechseln. Hier ist noch eine Kiste. Kakteen und Zuckerrohr haben wir hier bekommen. Zuckerrohr kannst du hier anbauen. Schau mal, wo der Eisbär war. Aber was musst du auf Sand anbauen? Nee, nee, Erde oder Sand. Neben Wasser. Zuckerrohr? Ja. Aber auf Sand... Muss nur in dem Wasser sein. Ja, aber auf Sand geht es schneller. Auf Sand wächst es schneller. Echt? Ich glaube, es ist gleich... Nee, nee, das ist wirklich so. Das weiß ich so. Da ist unsere kleine Biene. Hallo. Die hat Spaß. Ich fahre jetzt hier gerade ab. Ich habe bisher hier gerade nur roten Sand. Wir haben jetzt mehrere Bienen. Hast du die anderen noch gespawnt? Ja. Okay. Äh, hallo. Ja, voll. Jetzt hat er mir wieder Hunger gegeben. Aua! Aua! Soll ich mich? Ist das ein Zombie oder was? Ja. Ich will endlich mal was Cooles haben, weißt du? Oh mein Gott, wie schnell ich gerade abbaue. Habe ich Speed oder sowas bekommen? Hä? Ja, ich kann voll schnell abbauen. Guck mal. Oder? Oh, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Da ist eine Kuh. Jetzt haben wir endlich mal eine Kuh hier auf unserer Insel. Sollen wir Brot essen. Flo, ich brauche eine neue Spitzhacke. Haben wir noch Steine? Okay, wie schnell wir einfach zusammenbauen. Warte, ich mache Schaufel und du machst Spitzhacke. Okay. Ich habe Spitzhacke, ja. Dia, stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, wir haben endlich ein Tier. Nice. Darüber habe ich die ganze Zeit gewartet. So, das heißt, wir machen uns jetzt hier einmal eine Eisenspitzhacke. Nein, du hast ihn bekommen. Du hast ihn schon abgebaut. Ich wollte ihn abbauen. Na. Nein, nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Und ja, ja, alles klar. Cool. Und der Katja sieht cool aus. Welcher Baum sieht cool aus? Der sieht wirklich cool aus. Und das ist einfach so ein Honigblocker Baum. Wieso ist das so ein Honigblocker Baum? Warte, komm, komm, komm. Hast du den gemacht oder war das die Biene? Ja, ja. Hast du den gemacht? Schau mal. Schau mal, schau mal. Ja. Ich kann hier. Mann. Ich fall halt die ganze Zeit runter. Du merkst da. Wow. So, gerade. Ich bin jetzt hier. Ja, stimmt. Man fällt dann irgendwie langsamer oder sowas. Ja, der Einzige, der jetzt nicht mehr da ist, ist leider unser kleiner Hase. Der hat es für mich geschafft. Gold, Redstone. Okay, Freunde. Ich würde sagen, dann war es das hier. Wir haben unseren ersten Dia. Das ist unsere kleine Skyblock-Insel, die wir erschaffen haben. Von einem Block aus. Finde ich schon ganz beeindruckend. Was haben die für? Wir haben ein Villager, ein paar Kollegen hier, die Schweine. Die kann man jetzt auch mal freilassen langsam, glaube ich. Du wurdest von einem Zombie erschlagen? Okay, jetzt erschlägt er mich. Oh nein. Flo, ich will. Pass auf die Schweine auf. Okay, wir haben ihn. Leute, lass den Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ich alle noch einen wunderschönen Tag. Schaut bei Flo vorbei. Und hasta la pasta. Ups, Entschuldigung.